Putzen ist nicht schwer. Es lässt sich kinderleicht lernen, wenn man nicht ohnehin schon von zu Hause gute Ratschläge mit auf den Weg bekommen hat. Die heutigen Putzratgeber sind schmal und ansprechend gestaltet, die Sätze kurz und sehr motivierend. Jeder ist dazu in der Lage, etwas vom Boden aufzulesen. Ein Staubsauger startet fast immer, wenn man ihn einschaltet, und man kann damit sogar Krümel aus Küchenschubladen saugen. Man denke nur daran, hin und wieder den Staubsaugerbeutel zu wechseln. Früher waren die Handreichungen detaillierter und sachlicher. Niemand musste zum Putzen gelockt werden. Es gehörte einfach zur Normalität, und so bekam man, Frau, praktische Ratschläge für alle Lebenslagen. Marseille-Seife eignet sich gut für die Wollwäsche. Und wenn man weiss, wie die Spitzen an Kleidern, Tischdecken und Laken gestärkt werden müssen, ist der Zeitgewinn enorm. In den modernen Putzratgebern für ratlose Jugendliche, die ihre erste Wohnung beziehen, habe ich einen Tipp gefunden, der mich nicht mehr loslässt. Benutze einen Putzkittel, am besten einen mit vielen Taschen. Putzkittel Vor meinem geistigen Auge sehe ich knielange Baumwollkittel mit grossen Knöpfen und kurzen Ärmeln, manchmal auch ärmellos mitunter gewickelt statt geknöpft. Und das einzige Foto, das ich von meiner Grossmutter besitze, ist genauso schwarz-weiss. Sie trägt eine gut gestärkte Festtagsschürze mit Brustlatz. Sie lächelt nicht. Mit der Zeit wurden die Vorbinder gebräuchlicher. Sie wurden individuell gestaltet. Die Frauenzeitschriften präsentierten Muster und Ideen. Verschiedene Applikationen. Mitunter auch Stickmuster und raffiniert konstruierte Taschen. Oft herzförmige. Sie wurden zu Hause genäht und gehörten zu den notwendigen Dingen. Wobei meine Mitgift keine Schürzen enthielt. Ob sie in den 80er Jahren als veraltet galten? Die meisten Schürzen, die ich besitze, sind geerbt. Ich benutze sie äusserst selten. Meine Auseinandersetzung mit dem Putzen ist unlogisch und zwiespältig. Ein Teil von mir bewundert die Vernunft einer guten Haushaltsführung. Indem man sich schlaue Lösungen aneignet, um seine Umgebung, sein Heim in Schuss zu halten, gewinnt man Zeit für anderes. Und trotzdem trage ich weder Kittel noch Schürze, wenn ich im Haushalt wirke. Vernünftig sein ist nicht leicht. Allzu schnell verstrickt man sich in Widersprüche. Eine Frau mit Schürze lebt und arbeitet schlau. Ich sollte anfangen, eine Schürze zu tragen. Ich sollte nicht alles in Frage stellen. Vielleicht habe ich nicht alle liegen. Ich sollte nicht alles in den 50ern chercher. Und meine Suge ist zumindest in den 50ern. Also ich finde ich mir eine gute Planung. Und ich werde mir immer dafür Nebraskachi Flashback in den 50ern. Vielen Dank.